Der Erfolg des Sturmgeschützes III mit seinem L48 7,5 cm Geschütz gegnerische Panzer zu zerstören, in Kombination mit dem Wunsch, die Anzahl der verschiedenen gepanzerten Chassis zu verringern, führte im September 1942 zur Entscheidung, ein neues Ersatzfahrzeug basierend auf dem Panzer IV zu entwickeln. Im Grunde sollte es ein Stuck IV werden. Das neue Fahrzeug sollte entweder als kleiner Panzerjäger oder als Stuck neuer Art entwickelt werden. Während die Produktionsfirmen damit begannen, sich zu überlegen, wie ein Panzer IV F in eine Selbstfahrlafette umgewandelt werden kann, wurde ein kleiner Vernichtungskrieg zwischen den Aufsichtsbehörden der Infanterie, der Artillerie und der Panzertruppen darüber geführt, wie das Ding genannt werden sollte. Und der Unterschied lag bei mehr als nur dem Namen. Es würde sich auch darauf auswirken, wie das Fahrzeug eingesetzt werden sollte. Wenn es ein Panzerjäger geworden wäre, würde er in den Panzerabwehrkompanien der Panzerregimente eingesetzt. Wenn es ein Sturmgeschütz gewesen wäre, hätte die Artillerie ihn zur Unterstützung der Infanterie eingesetzt. Und obwohl drei Viertel der Munition des Sturmgeschützes für weiche Ziele verwendet wurde, leisteten sie ausgezeichnete Arbeit, um die Infanterie in der Panzerabwehrrolle zu unterstützen. Letztendlich setzten sich die Panzertruppen durch und das Fahrzeug wurde als Panzerjäger bezeichnet. 1943 kam ein Prototypfahrzeug namens Versuchsleichter Panzerjäger IV heraus. Dieser sollte schlussendlich zum Jagdpanzer IV werden. Wir sind hier im Panzermuseum in Munster, in dem jene Fahrzeuge stehen. Links von mir steht ein Prototypfahrzeug und rechts von mir ein Dienstfahrzeug. Da das Dienstfahrzeug nicht vollständig intakt ist und diese Schürzen im Weg sind, werden wir in diesem Video zwischen den beiden Fahrzeugen hin und her springen und euch somit eine bessere Übersicht darüber liefern, was das Fahrzeug tatsächlich ist. Legen wir also los! Dieses hier wurde im Juli 1944 gebaut. Aus irgendeinem Grund wurde es aber etwas zurückdatiert, um als frühere Produktionsversion zu erscheinen. Ich werde auf diese Unterschiede eingehen, während wir uns umschauen. Obwohl das Waffenamt seit einer Weile versuchte, den Panzer IV mit einer angewinkelten Panzerung zu bestücken, bestand das Problem darin, dass der Krieg derart ressourcenlastig war, dass man es sich nicht leisten konnte, die Produktion anzuhalten, um eine Veränderung vorzunehmen. Die Entwicklung eines vollkommen neuen Fahrzeugs ermöglichte jedoch von Beginn an die Einplanung einer angewinkelten Panzerung. Daher ist die Vorderseite des Aufbaus um 50 Grad angewinkelt. Sie war ursprünglich 6 cm dick, doch ab ca. Fahrzeugnummer 300 im Mai 1944 wurde sie auf 8 cm vergrößert, was auf dieses bestimmte Fahrzeug zutrifft. Eines der Probleme des Jagdpanzer IV als Ganzes bestand darin, dass er etwas nasenlastig war. Nach lediglich zwei Produktionsmonaten wurden die Kettenglieder zur Einsparung von Gewicht von der Vorderseite des Fahrzeugs auf eine neue Halterung an der Rückseite versetzt. Eine andere Möglichkeit, um Gewicht zu sparen, bestand darin, die Ecken der Blende hier abzuschneiden. Dies war Metall, das man nicht für nötig hielt, was sich mit dem Prototyp-Fahrzeug vergleichen lässt, das schön eckig ist. Eine weitere Vereinfachungsmaßnahme war, die Ecken des Aufbaus nicht mehr so abzurunden wie am Prototyp, da man der Ansicht war, dies sei den Aufwand einfach nicht wert. Die Platten sind bei dieser für die Spätkriegsphase typischen deutschen Entwicklung zusammengeschweißt. Ihr werdet dies ebenfalls an der Vorderseite hier sehen. Direkt innerhalb der geschweißten Platten findet ihr die ikonische Verkleidung für die Maschinengewehröffnung. Bei früheren Fahrzeugen gab es eine an beiden Seiten. Am Prototyp gibt es zum Beispiel eine oberhalb des Sichtfensters des Fahrers. Man beschloss jedoch sehr schnell, dass dies den Aufwand nicht wert sei. Und es wurde schnell verworfen. Da die Panzerplatte jedoch von einem anderen Hersteller als die Firma produziert wurde, die für die Fahrzeugmontage verantwortlich war, in diesem Fall FOMAG, wurden viele Fahrzeuge mit diesem Loch auf der linken Seite für das nicht mehr gewünschte Maschinengewehr ausgeliefert. Dementsprechend werdet ihr einige Fahrzeuge der früheren Produktionsphase sehen, die eine Abdeckung an der Stelle haben, an der das Maschinengewehr gewesen wäre. Wenn wir weiter nach unten schauen, würden wir auf der Abdeckung normalerweise die verkleideten Scheinwerfer finden, die hier fehlen. Es gab Zugangsluken für jede Seite der Frontpanzerung für die Steuerung und die Bremsanlage. Und unter dieser sehr dicken Zimmerit- und Lackschicht sieht man ganz schwach die angedeutete Getriebeabdeckung. Da dies kein fahrtüchtiges Fahrzeug ist, ist es offensichtlich egal, ob man auf das Getriebe zugreifen kann oder nicht, da es keines gibt. Deshalb sieht es so versteckt aus. Doch ich verspreche euch, dass es hier eine Platte gibt. Wenn man weiter nach unten schaut, sieht man, dass die Abschleppvorrichtung Bestandteil der Seitenpanzerung ist. Auch dies ist für die deutschen gepanzerten Fahrzeuge der Spätkriegsphase typisch. Und auch hier ist die Panzerplatte verschweißt. Der obere Teil hier ist um 45 Grad angewinkelt. Der untere Teil um 55 Grad. Ein weiterer optischer Unterschied zwischen einem frühen Fahrzeug und der späteren Ausführung ist die Mündungsbremse am Ende des Geschützes. Man fand heraus, dass man sie aufgrund der Art und Weise, wie das Geschütz am Aufbau angebracht war, nicht benötigte, sofern man nicht mehr als 50 Schuss im Schnellfeuer abfeuerte. Da die Mündungsbremse eher eine Bürde als ein Vorteil war, wurde sie im April 1944 verworfen. Auch bei Fahrzeugen, die bereits im Feld im Einsatz waren, wurde die Mündungsbremse nachträglich abgebaut. Für den unglücklichen Fall, dass man doch mehr als 50 Schuss im Schnellfeuer abgeben musste, wurde ein neuer Rückstoßzylinder entwickelt und in Fahrzeugen der späteren Produktionsreihen eingebaut. Um einen Blick auf das Fahrwerk zu werfen, bin ich zum Prototyp-Fahrzeug zurückgegangen, da es keine Schürzen hat. Das andere, fahrtüchtige Fahrzeug ist mit einer falschen Schürze bestückt, die aus dem falschen Produktionsmonat stammt. Ich habe keine spezifischen Angaben dazu gefunden, welche Fahrzeuge mit Schürzen versehen waren, da es so scheint, als hätten selbst die Prototypen Vorrichtungen dafür gehabt, weshalb es vielleicht einfach nach Ermessen der jeweiligen Einheit erfolgte. Wenn man die Schürze auf der linken Seite anhebt, sieht man die beiden Füllstutzen für die Kraftstoffanlage. Diese befinden sich nicht auf der rechten Seite. Im Original-Panzer IV befanden sich die Kraftstofftanks zentral unter dem Turm. Da man aber keinen Platz dafür benötigte, sprich den Zuleitungsschacht nicht unter einem Korb platzieren musste, benötigte man keinen angehobenen Boden, weshalb man die Kraftstofftanks einfach dort beließ, was bedeutet, dass man eine höhere Fahrzeugoberkante hatte. Indem die Kraftstofftanks nach vorne versetzt wurden, konnte das Fahrzeugdach gesenkt werden. Das Fahrwerk ist, nun, dies ist typisch für einen Panzer IV. Es sind Aufhängungen mit Blattfedern. Sie sind vorne dicker als hinten. Wenn man ganz außen schaut, sieht man, dass sie umgedreht sind, damit sie vorne dicker sind. Man kann eine linkseitige Aufhängung für den Panzer IV nicht nehmen und auf die rechte Seite montieren. Nun, man könnte schon, es war aber nicht dafür vorgesehen. Wie gesagt, es ist asymmetrisch. Hier gibt es eine Achse für die Aufhängung nach vorne zu diesem Rad, das, wie man sieht, mit einem Anschlagpuffer versehen ist. Dann führt die Feder zurück zum hinteren Rad, das auf der Feder ruht, wodurch man diese unabhängige Bewegung erhält. Ein Beispiel für das Gewichtsproblem an der Vorderseite des Fahrzeugs sieht man an den vorderen Rädern. Dort gibt es einen übermäßigen Verschleiß des Gummis. Die ursprüngliche Lösung erscheint einfach. Wenn die Nase dieses Teils zu schwer ist, dann versetzen wir die Wanne doch einfach um 10 cm auf dem Fahrwerk nach hinten. Nun, es gab keinen Platz, um die Wanne 10 cm nach hinten zu versetzen, weshalb sie die vorderen Straßenräder durch Stahlfelgen ersetzten. Das Problem wurde aber nur noch schlimmer, wenn sie das L-70-Geschütz auf den Jagdpanzer IV langsetzten. Die Lösung war dann, das nächste Paar Straßenräder durch Stahlfelgen zu ersetzen. Und als man dann schließlich den Jagdpanzer IV A von Alcat entwickelt hatte, war tatsächlich die Hälfte der Straßenräder Stahlfelgen und die andere Hälfte gummiert. Stützrollen. Auf den meisten Fahrzeugen gab es vier auf jeder Seite. Am Ende des Produktionslaufs gab es jedoch nur noch drei pro Seite, da ihnen die Kugellager für die Rollen ausgingen. Die Ketten? Nun, Standard-Einzelstift des Panzer IV, die mit diesen kleinen S-förmigen Splinten fixiert werden. Eine alte Technologie, die man schon auf dem Panzer I fand. 99 Glieder pro Seite. Mit diesem System konnte man einen 2,2 Meter breiten Graben oder eine 60 Zentimeter hohe Stufe überwinden. Die Seitenpanzerung war nicht schlecht. Sie ist drei Zentimeter dick und senkrecht an der unteren Wanne angebracht. Und vier Zentimeter dick und in einem Winkel von 40 Grad am Aufbau. Die glatte, hintere Verkleidung ist jedoch nur eine Blechpanzerung, welche die Lufteinlässe hier drunter schützen soll. Ihr erinnert euch noch, dass sie aufgrund der schweren Nase des Fahrzeugs die Ketten von vorne nach hinten versetzten. Weshalb es eigentlich falsch ist, dass dieses Fahrzeug die Ketten vorne und hinten hat. Wenn man es mit dem Prototyp vergleicht, dann sieht man, dass die Stelle, an der die Ersatzräder montiert wurden, nun die Stelle ist, an der die Ketten sind. Sie mussten an eine Stelle auf der Motorabdeckung auf der linken Seite versetzt werden. Als man die ersten Stahlfelgen auf den vorderen Aufhängungen montierte, war eines der Ersatzräder in der Regel aus Stahl und das andere aus Gummi. Wenn man weiter nach unten schaut, findet man den großen horizontalen Auspufftopf, die deutsche Standardabschleppvorrichtung. Und natürlich sieht man auch, wie die Kettenspannung über das versetzte Umlenkrad eingestellt wurde. Man hebt den Riegel an und wendet reine Muskelkraft auf den Bolzen an. Soviel zur Rückseite. Gehen wir nun auf den Motor ein. Wenn man unter die Motorabdeckung eines der Fahrzeuge blickt, dann findet man einen dieser V12-Motoren. Dies ist der Maibach HL120 TRM. Natürlich haben die Buchstaben eine Bedeutung. Wenn ich nicht ganz falsch liege, dann steht HL für Hochleistungsmotor. Die 120 beziehen sich auf die 12 Liter Hubraum. TRM, herrje, Trockensumpfschmierung und Schnappermagnetzünder. Der Motor hat eine Leistung von knapp 265 PS bei 2600 Umdrehungen im standardmäßigen Jagdpanzer IV und 470 V. Bei dem 470 A hatten sie ihn aufgerüstet. Dieser hat nun 272 PS bei 2800 Umdrehungen. Dies bedeutet, dass euer Standardjagdpanzer IV mit 40 Stundenkilometer vorwärts und 5,5 rückwärts rumpeln würde. Wenn man zum 470 V gelangt, fällt die Geschwindigkeit auf 35 Stundenkilometer und beim 470 A steigt sie wieder auf 37,5 Stundenkilometer. Da ich jetzt auf dem Prototyp stehe, erhaltet ihr einen allgemeinen Blick auf das Dach und das Werkzeuglager. Auf den normalen Panzer IV, mit Ausnahme der allerletzten Ausführung, gibt es einen Hilfsmotor auf der linken Seite nach hinten, der einen eigenen Kraftstofftank hatte. Es gab keine Notwendigkeit für einen Hilfsmotor auf dem Jagdpanzer, weshalb er durch einen konventionellen Kraftstofftank ersetzt wurde. Deshalb gibt es drei davon auf dem Fahrzeug, der eine an der Rückseite und die beiden vorne. Gesamtkapazität von 470 Litern, womit das Fahrzeug knapp 210 Kilometer auf der Straße zurücklegen kann. Auf dem Dach findet ihr zwischen den Luken des Kommandanten und des Ladeschützen die Öffnung für das Nahkampf-Verteidigungs-Waffensystem. Das... Ich werde nicht einmal versuchen, es auszusprechen, tut mir leid. Viele Fahrzeuge wurden mit dieser Platte anstelle der Öffnung gebaut, da die Produktion des Waffensystems nicht mit der Produktion der anderen Bauteile mithalten konnte. Schließlich findet ihr weiter vorne den Bogen, durch den das Periskop des Richtschützen führte. Man benötigt im Grunde einen Schlitz im Wannendach. Wenn sich das Geschütz dreht, dreht sich das Periskop mit. Es ist ein einfaches System, aber sicher etwas besser als nur ein Loch in der Verkleidung. Natürlich sollte man die Öffnung abdecken, weshalb das Periskop von einem Metallblech umgeben ist. Das die Öffnung immer abdeckt, ungeachtet dessen, in welche Richtung sich das Geschütz dreht. Dies führt uns zum Ende des Außenrundgangs und von Teil 1. Wir sehen uns in Teil 2, wenn wir einsteigen. Passt auf euch auf! Was ist HL? Das ist Trocken-Sumpf-Schmierung und Magnet-Schnapper. Oder Basis-Schnapper-Magnet-Sunder. Ah, Jesus. We're going to be here all day. TRM, gotta help me. Trumf-Schma- Take 17. I understand that German is a very simple language, because it's very logical, but my God. Oh, we got the bloopers on this one. Trocken-Sumpf-Schmierung und Schnapper-Magnet-Sunder. Or, if you prefer, dry sumpf-Schmierung und Schnapper-Magnet-Sunder. finder side. viendo dashboard Glocke. Ich weißeu- Ich weiß es sehr erinnert. Vielen Dank.